Ob das jetzt die beste Konzeption ever ist, kann man sich natürlich auch nochmal darüber streiten, aber ich glaube, mit dem Ansatz gehen wir mal hin. Ich glaube, so kann man damit arbeiten, weil wir haben dann quasi einen relativ leichtgewichtigen Speicher, den wir mit einer gewissen, also in der Downtime, wenn die Kiste läuft, wieder aufladen können. Das sind die Kapazitoren, in denen haben wir ein bisschen mehr als eine komplette Batteriefüllung drin, das heißt, wir können die einmal entladen, um uns noch, also im Prinzip sind die unser Reichweitenbooster, je nachdem, wie gut das funktioniert. Und dann müsste man fliegen können, also eigentlich, ich überlege gerade, ob mir irgendwas noch einfällt, was total dagegen spricht, aber eigentlich nicht. So, jetzt reißen wir das alles erstmal nochmal ab, damit ich es ordentlich machen kann, das war jetzt nur zum Testen. Also, Kapazitoren finde ich prinzipiell in Ordnung, die nehmen wir auf jeden Fall mit, die werden wir nämlich brauchen. So, zack, die tüdeln wir jetzt aber mal hier irgendwie auch optisch so rein, dass das cool ist. Zack, zack, so schieben. Bisschen noch. So, die docken wir quasi an die Motoren an, dann hat jeder Motor seinen Kapazitor. Because of Gründe. Kann der sich da quasi Strom holen. Tock. Angesteckt. So. Das ist unsere... Gibt es schon eine Rakete? Äh, nö, ich muss ja erstmal die Nutzlast konzipieren, damit ich weiß, was ich da hinschieben muss. Deshalb gibt es noch keine Rakete. So. Kapazitoren, check. Und dann kommt Strom. Hatten wir gesagt, nehmen wir hier einmal das. Und einmal einen Nukularreaktor mit einem kleinen Radiatorenpanel. Hier drauf. Und last but not least brauchen wir dann natürlich noch... Jetzt können wir mal überlegen, ob man das dann tatsächlich... Oder ob das ein zu großes Verbrechen an der Menschheit ist. Snaps under high dynamic pressure? Ne, ne? Rated for 3,0 kPa. Dynamic pressure. Okay, das Ding ist für mehr dynamic pressure als das da. Weiß ja nicht, ob es reicht. Aber es ist echt... Es ist einfach mal gigantisch viel zu groß, ne? Abgefahren. Abgefahren. Riesengroß. 0,075. Gewichtstechnisch. 0,075. Ups. 0,05 wäre ein Large Radiator Panel. Ja, das nimmt uns halt echt auch nochmal viel Dings raus. Dann werden wir wahrscheinlich wirklich über ein Relay arbeiten. 0,015. Weil die Dinger hier... Die Dinger hier einfach gewichtstechnisch ein bisschen eine schönere Bilanz haben. Und, äh... Ja, wir arbeiten mit denen dann. So, jetzt muss ich aber erstmal meine Verschiebetricks ein bisschen machen. Damit das Ding hier nicht irgendwie zum Eiffeltower wird. So, dann schieben wir es hier in die Batzi rein. Und dann schieben wir... ...die Batzi rein. So, ich glaube, das ist tief genug. Ich möchte da nämlich gerne noch... ...ein Dogging Port ranbringen am Ende des Tages. So, die müssen wir jetzt auch nochmal ein bisschen korrigieren. Ich glaube, ich werde sie ein bisschen nach oben nehmen. Das ist genug Abstand zum Boden. So, das sollte reichen. Dann ist das nicht ganz so hoch in seiner Gesamtheit. So, und da unten drunter klatschen wir jetzt, glaube ich, einen Junior-Docking-Port drunter. Einen normalen. Da kommt er nämlich nachher... Obwohl, wir können es auch andersrum machen. Ein Junior-Docking-Port für die Rakete. Zack. Beziehungsweise, nee. Ha, mh, ha. Shit, ich muss noch oben irgendwas ranbauen, was mich landet, ne? Der gute alte Sky-Crane muss, glaube ich, zum Einsatz kommen wieder. Mh, das machen wir mal gleich. Zack. Aber ja, auch nach unten werden wir wohl nicht drumherum kommen. Da irgendwie einen Adapter für die Rakete zu bauen. So. Das startet eingezogen. Und jetzt kommt der Kram hier an eine Seite ran. So. Weil das wiegt 0,01 Ton und das hier wiegt 0,015 Ton. Deshalb kommt es an die andere Seite. Dann haben wir das so gut wie möglich ausbalanciert vom Gewicht her. So. Zack. Guckt mal mit... Mit Gesicht. Oh, so schön. Gut. Für die Duna-Landung. Sollte hoffentlich... Hoffentlich... Der gute alte Sky-Crane seinen Job tun. So. Und das machen wir nämlich nicht nochmal. Das war eine Lektion das letzte Mal, als es fürchterlich schief gegangen ist. Wir rotaten Freund-Blase-Balken nämlich. So, dass er auf jeden Fall freie Fahrt hat. Mit seinen Engines. Damit wir nicht wieder den Schub abgegraben bekommen. So. Das ist unser Sky-Crane. Da ist Sprit für den Sky-Crane drin. Und das Ganze hat auf Duna dann eine Trust-Veight-Ratio von 5,4. Achso, ja. Entschuldigung. Zack. Schubel 1 hat eine Trust-Veight-Ratio von 5,5 und ein bisschen und ungefähr 2700 Delta. Wie? Das reicht für eine lockere, lockere, einfache, schöne Landung. Und ich bin mir ziemlich sicher, auf Duna müssen wir uns da nicht mal sorgen um die Hitze machen. Ups, das wollte ich gar nicht. Und jetzt können wir natürlich einfach sagen, wir nehmen das Konzept hier nochmal und machen einen echten, ne, einen echten Rover. Ja, ich habe die Diskussion schon mitbekommen, aber ehrlich gesagt möchte ich gar keinen echten Rover haben. Ich möchte eigentlich hier unten runter nur noch. Zack. Eigentlich möchte ich nicht mal das haben. Ich möchte, wo sind sie denn? MK1 Liquid Fuel Gedöns. Zack. Zack. Na, wait. Wir müssen, ha, 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 ha. Ganz so einfach kann ich mir nicht machen. Wir wollen ja noch eine, jetzt, jetzt kommt die Probe für den Orbit. Also wir bauen jetzt den Orbiter. Ha, das hatte ich mir wieder alles zu einfach vorgestellt. Ähm. Zack, so. Das wird jetzt unser Orbiter. Wir wollen nämlich ja noch ein paar Sachen an Duna rausfinden, Forschung betreiben und scannen und so weiter, wenn wir schon mal da sind. Und das ist natürlich ein bisschen peinlich, wenn man nichts mit dabei hat, um genau das zu tun. Genau, und deshalb werden wir jetzt hier die Kiste noch ein bisschen aufpimpen mit Octocourse, mit und so weiter und so fort. Und das wird dann nachher unser, ja, unser Orbiter, mit dem wir unterwegs sind. Und um das ganze Ding insgesamt machen wir dann, würde es was ausmachen, die Arme bis knapp an die Caps ranz schieben. Ja, also je mehr Auslegefläche, also je mehr Auslegefläche wir haben, umso besser ist es natürlich. Ich werde nachher mit dem Fairing noch, also mehr Auslegefläche bedeutet einfach mehr Stabilität, weil wir weiter auseinander sind mit den Motoren. Ich werde nachher, wenn wir das Fairing bauen, sehen, wie schlimm das fürs Fairing wird. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Spielraum, also ein, zwei Segmente es reinzuschieben, sollte die Stabilität nicht so weit gefährden, dass wir in ernstzunehmende Probleme reinkommen. Aber wenn ich nicht muss, werde ich es auch nicht tun, eben weil ich es nicht muss. So, da kommt ein ganz kleines Reaction-Wheel rein. Und dann ein wenig Speicher für den Strom. Aber auch da keine, keine Unmengen. Ich glaube, so kleiner reicht uns da eigentlich. Zack, zwei kleine. Zap, 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 so. Close. Können wir das erstmal zumachen. So, warum noch ein Probe-Core? Weil das der Orbiter wird. Also, jetzt nochmal erklären. Dieser Probe-Core mit dem Rover wird auf Duna mit diesem Skycrane nachher anlanden und benutzt diese Antenne, um über diesen Orbiter zu relayen. Und dann, äh, dieser Orbiter bleibt im Orbit von Duna und wird von dort aus so Dinge tun, wie... ...ne Funkverbindung halten, äh, nach Ressourcen scannen, äh, Experimente durchführen. Oh, ja stimmt, Experimente für den Rover sollten wir, für den Hover-Rover sollten wir noch machen. Müssen wir gleich noch gucken, dass wir ein paar kleine Sachen... Also, er wird ein paar Sachen bekommen, die klein sind. So, ähm, der hier bekommt dann noch einen Fuel Tank. Ich guck mal, was das hier so tut, wenn wir das mitnehmen und den Oxidizer rausnehmen und ein atomares Triebwerk anbauen. Dann wäre das quasi so meine Transfer-Stage, um es jetzt mal so zu formulieren. Die hätte dann... Irgendwas ist doch hier schon wieder anders. Ich hab, das ist nicht die richtige... Solid-Core, was, was hab ich denn für abgekriegt? Okay. Ich muss mir jetzt, ich hab scheinbar irgendein neues Nukleartriebwerk, das irgendwelche anderen Sachen macht. Das muss ich jetzt mal tatsächlich... Okay, das hier wär korrekt, aber jetzt, ich, jetzt hab ich mich selber neugierig gemacht. Ich muss mir gleich mal angucken, wie viel das bringen würde. Äh... Ein Solid-Core... Äh... Mhm... Mhm... Du, 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 du... Weißt du, wo? Die könnten einen Ingenieur wieder aufrollen. Notfall-Lande-Vorrichtung. Ja, ja, ja. Notfall. Ihr seid Notfall-Lande-Vorrichtung. So, 4600 Delta V hätte man damit bei einer Trust Rate Ratio von, naja, viel zu wenig, aber 4600 Delta V ist die Aussage dahinter. Das ist natürlich schon mal eine feine Sache. So, jetzt muss ich aber erstmal rausfinden, was kann dieser andere Engine. Also, Nuclear Thermal Rocket Design, Hot Feature, LOX Augmented Afterburner Mode, Oxidizer ist injected directly into the nozzle, where it violently reacts with a superheated plasma exhaust and causes a massive increase in Trust and Cost of Lower ISP. Ich habe kein Wort verstanden, aber ISP ist 720 im Vakuum, ISP ist 800 im Vakuum. So, jetzt musst du mir noch erklären, warum du besser bist als er. Äh... Bei den 4600 Delta V ist... keine Ahnung. Stimmt, das ist argumentativ. Ne, ist nicht mit dabei. Doch mit dabei. Hä, warum ist denn der da mit dabei? Warum ist die Stage 1 nicht extra? Was ist hier los? Achso, äh, wartet mal. Enable Staging. So. Dann müsste ein Schuh draus werden. Was ist los mit dem Ding? Wartet mal, ich muss einen Kappler dazwischen setzen. Aus irgendwelchen Gründen will er das nicht begreifen. So. Gut. Jetzt aber. Also, dann sind es 3375 und dann kommt der Skycrane. Äh... Alles ist gut. Ich habe noch nicht verstanden, was das andere Triebwerk macht. Was dieses Triebwerk nicht tut. Reaktor... Blablabla... Reaktor... Da scheint auch irgendwie ein Reaktor drin zu sein, wenn ich das richtig verstehe. Okay, ja, tatsächlich macht das auch Strom. Funktioniert mit Hydrogen. Mhm. Ich stelle jetzt einfach mal auf Hydrogen, um den Vergleich zu sehen. Kann ich gar nicht. Hm. Kannst du aber was anderes benutzen. Next problem. Liquid fuel. Liquid fuel. So. Äh... Jetzt ist hier wieder irgendwas dazwischen. Nötig, um das extra zu bekommen. Also wir hatten 3000 Blablabla und ein bisschen mit dem Ding. Und das hier hat... Das ist schon ein bisschen cool, ne? Wenn ich das richtig sehe. Guck mal. 5300 Delta V aus der Stufe versus... Ach so, weil ich den Tank umgestellt habe. 6100... Gut, dann nehme ich die. So. Ich habe den Tank umgestellt. Das war... Deshalb ist alles anders. Gut. Also, zack. Liquid fuel tank. Ha. 6.000 Delta V for the win. Damit können wir sonst wohin fliegen. So. Gut. Also, wir bleiben jetzt einfach bei so einem ganz klassischen... Äh... Dingens. Aber wir könnten natürlich das hier auch noch auf... Völlig übertrieben. Werden wir aber nicht machen, weil dann... Wiegt mir das zu viel. Wir könnten es auch noch kleiner machen, aber... Muss es auch nicht. So. Gut. Ähm... Jetzt kommt da eine Stromversorgung für unterwegs noch ran. Ich glaube... Ne, wir fliegen weiter raus und wir wollen auch ein Funk-Relay nachher sein. Ich glaube, ich nehme ein bisschen was Größeres mit. Und das machen wir uns in einer Dreifach-Verteilung ran, damit wir auf jeden Fall... ...relativ gut... ...alle Richtungen abdecken können. So. Äh... Den Nuklearreaktor möchte ich unterwegs nicht, äh... ...benutzen tatsächlich. Den will ich erst vor Ort haben, weil auch der verbraucht sich mit der Zeit. So. Äh... Antennen. Ähm... Ich möchte gerne. Die... ...das Kommuneutron einmal einsetzen. So. Wenn ich das dann nachher aufklappe, haben wir hier ordentlich Reichweite. So. Das wird meine Verbindung nach Hause. Und dann möchte ich einmal auf jeden Fall... ...packen wir das hin, Volote Elend. Das könnte man hier so hin machen für später. So. Damit haben wir dann die Funk-Verbindung hoffentlich bis runter... ...Örfenböden. 500.000 Meter. Das sollte reichen. So. Und ich glaube, das ist es auch schon für unsere... ...für unsere Stage soweit. ...dass heißt, wir packen jetzt hier mal... ...die Köppler drunter. Und versuchen das... ...also das wird unsere... ...Mission... ...to... ...Duna. So. Äh... ...Experimente müssen wir gleich noch anbauen. Aber jetzt gucke ich einmal ganz kurz, ob das... ...mit dem Fairing hinhaut. Das scheint aber relativ okay zu sein. Und der Urps. Vielen lieben Dank für dein Follow. Sieht gut aus. Ja. Okay. Dann können wir das nämlich so lassen. Wenn ich das hier sauber im Fairing... ...verstecken kann. Dann habe ich hier alles, was ich eigentlich brauche. So. Äh... Delta V-Map kurz mal konsultiert. Wenn wir im Kerben-Orbit sind, brauchen wir einen knappen Tausig weg. Dann brauchen wir noch mal... ...unddreißig, bla bla bla. Okay, alles klar. Keine weiteren Diskussionen. Wir haben mehr als ausreichend Kram, um zu landen. Das passt. Low-Orbit kriegen wir damit auch hin. Und können sogar wieder aufsteigen in einen etwas höheren Orbit. Das heißt, wir müssen da jetzt eigentlich nur noch eine saubere Rakete hinbauen. Aber vorher einmal die Wissenschaftsausstattung. Die Wissenschaftsausstattung. Also, wir fangen mal oben an. Und Urps, freut mich, dass du bisher immer bei YouTube geguckt hast und es jetzt auch mal zum Livestream geschafft hast. Das ist halt noch mal was anderes. Wissenschaftsausstattung. Also, was können wir Lustiges tun? Ähm, ich würde sagen, wir nehmen mal so ein paar kleinere Sachen mit, die auch eher bodengebunden sind. Um es mal so zu formulieren. Äh, die wir hier auf unsere Arme packen. Also, wir nehmen auf jeden Fall so ein Ding mit. Äh, 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 äh. Aber wir müssen ein bisschen mit dem Gewicht aufpassen. 0, 0, 0, 5, 0, 0, 1. Ja, das geht sonst ins Ungleichgewicht rein. Das ist mit zu groß. Das nehme ich nicht mit. 0, 0, 0, 5. Jawohl. Gravioli-Detektor wird mitgenommen. Zack. Dann nehmen wir mit 0, 0, 0, 5 auf jeden Fall einen Thermometer mit. Zack. Und was gibt es massetechnisch noch im niedrigen Bereich? Das gute alte... Oh, das Surface Scanning Modul. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Mal gucken. Hm, Atmosphären-Analysegerät. Ah, so viele leckere Sachen. Gut, das Pressman-Barometer. Der ist auch nochmal mit 0, 0, 5. Den packen wir mittig einfach ran. Das ist ja hoffentlich... Der ist auch ziemlich groß. Das ist ja hoffentlich nicht zu viel Unwucht erzeugt. So. Atmospheric Sounder. Der kann Argon- und Xenon-Gas entdecken. Wie groß ist der? Den könnten wir natürlich als Gegengewicht hier ran packen. Aber ich hoffe, dass das Ding nicht zu schwer wird dadurch. Schwupp. Okay. Und Duna. Atmospheric. So. Zack. Enable Staging. Enable Staging. Ich baue jetzt mal kurz eine Stage, die quasi nur aus dem Kram hier besteht. Damit ich einfach mal sehe, wie viel Trust Rate ich da noch habe. Er sagt jetzt 0,14. Aus irgendwelchen Gründen glaube ich ihm das nicht. Ich glaube, der rechnet da noch irgendwas anderes mit rein vom Gewicht her. Hm. Schade, das hilft dann nicht zur Berechnung. Aber wir können ja mal kurz Folgendes tun. Hä? Können wir nicht Folgendes tun? Ich würde das gerne abnehmen. Ehrlich jetzt. Danke. So. Das bleibt ja dran. Das bleibt auch dran. 1,47. Okay. So können wir das kurz... So können wir das kurz durchprobieren. So. Äh. Aber wir dürfen jetzt halt nicht zu viel Kram machen. Was machen wir... Äh. Oh. Searching for water ist natürlich... Ah. Mal gucken. Wie schlimm macht es denn ein... Wie viel wiegen diese Geräte? Die wiegen jetzt immer 10 Kilogramm. Wie viel schlimmer machen es 10 Kilogramm? Wir verlieren halt Trust Rate, ne? Carbonite Sampling Kit ist glaube ich zu... Ne, das möchte ich nicht. Das ist ein bisschen groß. Cordrill. Ich habe halt kaum Dinger, die exakt ne Tonnen... Also 10 Kilo wiegen. Hm. Machen wir es doch so. Zack. Zack. Ah. Dann muss das natürlich auch auf die Seite. So. Weil da... Das blöde Panel sonst im Weg ist. Der Radiator. So. Ich versuche das halt so ausgewogen wie möglich zu machen. Wir gucken uns gleich mal die Center of Mars an. Dass das sauber ist. Oh Gott. Der Finn. Flynn. Scheinwerfer für Nachtflüge. Ich glaube so weit will ich nicht gehen. Ich weiß nicht, ob ich damit nachts rumfliegen will. So. Und die Dinger sind jetzt hier. Genau. Die machen wir schön untereinander. Dass das in der geraden Linie bleibt. So. Wir sind jetzt bei 1,45. Und das Center of Mars ist hoffentlich nicht völlig verhunzt. Ne. Das ist sogar ziemlich exakt. Okay. Das ist gut. Was würden uns denn Scheinwerfer kosten? Gewichtstechnisch meine ich jetzt. Oder Trust Rate Ratio mäßig. Wird dann langsam echt dünn von der Flughöhe. Schaffen wir halt noch 2,4 Kilometer. Wenn wir sagen, wir sind nur tagflugfähig. Schauen wir mal noch. 2,7. Das sind dann auch nochmal 300 Meter. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt tendenziell sagen, der ist tagflugfähig. Fertig. Die Nacht kann er seine Experimente machen, indem er unten landet. Einfach um das Gewicht einzusparen. So. Jetzt brauchen wir. Ne. Das brauchen wir nicht, weil das kann man so machen. Aber wir können mal eine Action Group anlegen für... Licht. Licht brauchen wir nicht. Äh. Da können wir die ganzen Experimente reinpacken. Collect Hydrogen Data. Dann müssen wir das nicht immer wieder machen. Lock Gravity Data. Okay, das scheint nicht so ein richtiges Experiment zu sein. Das macht irgendwas anderes. Okay, wir werden es rausfinden. Habe ich noch nie benutzt. Lock Pressure Data. Das haben wir schon. Das hat auch kein Links. Also es scheint eher so ein Scan Modul zu sein. Lock Temperature. Lock Seismic Data. Okay. Das haben wir alles auf der Licht Action Group. Äh. Was? Muss man dort so hochfliegen, dass man über Mount Doona kommt? Na, es ist eine ganz einfache Geschichte. Wenn ich auf einer Oberfläche stehe, die zweieinhalb Kilometer über nautischen Null ist. Ähm. Also das kann ja total flach sein. Dann kann ich noch 200 Meter hochfliegen. Also das halt mit einberechnen. Das kommt halt einfach dazu. Ähm. Ich schränke halt meinen Missionsbereich sehr, sehr stark. Wenn ich nicht ein bisschen Toleranz habe. Und wenn ich jetzt die Wahl habe, noch ein paar hundert Meter höher fliegen zu können. Versus. Ich kann nachts fliegen. Dann fliege ich wieder noch ein paar hundert Meter höher. Ähm. Damit ich halt an einer guten Stelle starten kann. So. Ähm. Das passt soweit. Dann kommt jetzt hier wieder der Stöpsel drauf. Und der Stöpsel hier kommt wieder ran. So. Sieht alles gut aus, oder? Das Ding hat sich auch nicht wieder zurückgedreht. Nee. Sehr schön. Gut. Dann können wir doch eigentlich jetzt... Mal das Teil hier bestücken, oder? Für seine Wissenschaftsdaten. So. Und zwar wollen wir... Von mir aus ein Gorsat mitnehmen. Mal gucken. Mal gucken, wie viel wir kriegen. Wir wollen ein Magnetometer mitnehmen. Ja. Wir wollen ein Mystery-Goo-Containment mitnehmen. Ja. Wir wollen ein Orbital-Teleskop mitnehmen. Ja. Wir wollen gerne auch eine RVPS-Antenne mitnehmen. Gerne auch das. Und wir wollen total gerne ein Science Junior mitnehmen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.